so das letzte mal haben wir ja unseren ein bisschen geisteskranken Kollegen kennengelernt der uns so nett empfangen hat an der Tür ja und jetzt sind wir auf dem Weg in den in die Green Bay weißt du so Green Bay ja so und da machen wir uns jetzt einfach weiter auf den Weg wir sind ja hier durch die Tunnel jetzt auf dem Weg in den Green Room heißt Green Bay Green Room irgendwie sowas da wachsen auf jeden Fall jede Menge Bäume da ja der Name Green House heißt es sogar so da wollen wir doch mal schauen ob wir unseren Kollegen hier wiederfinden suche alle Orte crazy ein Haufen Tomaten würde ich mal sagen und Äpfel in der Kartoffeln oder was liegt hier ist da Blut dran echt Gurken wow Mars Gurken jetzt noch Salat ohne Ende das ist schon äh schon cool ja ja jetzt tages wird jeder so einen Raum zu Hause haben weil man sich dann Lebensmittel nicht mehr leisten kann oh what the fuck das ist natürlich auch eine coole Idee ja ziemlich cool auch mal in keinem Game gesehen irgendwie die machen Basilikum hier Kräuter und so weiter irgendwas kommt hier wieder mit dem Licht nicht klar gerade was soll was soll so preoccupied with whether you could never stop to think if you should oh so Ich dachte da kommt noch was Die kommt hier wirklich nicht klar mit der Mit der einen Lampe die da runter strahlt Bist schnell weg von der Lampe So das war der Bienenheil Ziemlich cool dass so was Hiermit reingenommen wurde Das ist ja geil Wir gehen erstmal hier rein Also ich denke mal dass wir jetzt Etage für Etage Eher ablaufen müssen Das ist hier die Smoothie Produktion Ist alles ein bisschen vertrocknet Was haben sie gegründet? Das klingt nicht legal Okay Medikamententests An Essen im Weltraum Das ist natürlich nicht so geil Keine Veränderung Aha Gut Da haben sie jetzt an den Bienen auch rumgefummelt Die sind jetzt noch aktiver Schauen was hier noch alles so getestet wurde Sehr sehr interessant Ja die Pflanzen die wachsen an einem Tag Und verdorren dann auch am gleichen Tag Hm Kommt rund Heute gibt es noch zwei Sachen Die gucken wir uns nochmal an hier Oh ne nur eine Was haben sie mit dem Basilikum gemacht? Haben sie dem das auch angetan? Das ist all I need Agro Bees Okay Sind sie einfach wieder zurückgekehrt Die Bienen Ja das andere Volk ist geflohen Äh Was ist denn nur mit den Menschen los Was? Hm It looks like they almost Grew too fast Wie werden es noch rausfinden was hier abgeht Ist der Beobachtungsraum hier? Ist aber gemütlich Sollen wir den Code rausfinden? Nichts leichter als das Wir sind doch Hacker Hm 6-3-2-6 Hm Hm So Maybe it's better if she doesn't know 2078 Hm 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 Compiling a new compound this week Has meant for a more concentrated measure As the teams continue to provide us with samples from the site We look to regulate the growth rate through controlled nutrients Whilst time runs out for those back home We are so close to sustaining life here The work we're doing is Is bigger than all of us We are beginning to see aggressive acceleration with compound 26 It seems to be able to sustain environmental hazards as a result This development has been fundamental In Okay Ma'am Dr. Taylor is here again Requesting to come downstairs For the last time He doesn't have clearance He shouldn't be here Yes ma'am However he says It's a question of ethics Mmhmm Where is he Boreal region ma'am Okay Thank you 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 gut wir haben das auch gesehen 20, 78 so nach stundenlang rumlaufen habe ich das natürlich einfach nachgeguckt ja ich war überall und das hätte ich jetzt natürlich rausgeschnitten aber gefunden habe ich es nicht letztendlich hätte man in den Quartieren schon viel viel früher im Spiel das Audiolog von ihr finden können wo dann der Code schon drauf wäre aber gut jetzt haben wir es einfach so gelöst wir waren ja jetzt überall eigentlich nur ihren Raum haben wir natürlich vergessen aufzumachen weil wir erst jetzt die Karte haben naja ich kann nicht glauben ich kann nicht glauben wir haben es wir haben es okay ich habe hier rumgerechnet man das kann man sich nicht vorstellen da an der wand steht ja 6 3 2 6 gleich 0 3 nicht die ganze zeit überlegt was das alles sein könnte jede einzelne zahl hier angeguckt junge mann gut manchmal kommt man einfach nicht drauf weil man nicht genug geguckt hat ne ja soviel dazu wir schauen uns mal kurz auf die karte hier das ist natürlich noch eins hoch glaube ich hatte die probe jetzt eigentlich eingesteckt bin mir gar nicht sicher die batterie haben wir vorhin schon gefunden das war ganz gut dass wir überall geschaut haben wo überall noch mal waren auch in den baracken tatsächlich sehr komisch was haben sie mit den sachen jetzt angestellt hier der success so sie did it is he after this for himself scheint ja doch irgendwas schief gegangen zu sein dann am ende okay die kriegen mal weniger zeug und eben immer weniger proben raus muss ja muss ja einen grund haben jetzt wird's cringy hier das sieht richtig gut aus hier es sieht richtig gut aus hier ne wahnsinn ich finde auch so ein bisschen schade dass so ne games nicht ein bisschen mehr gehypt werden was ist halt hier drin ne alter schwede das ist aber schön beleuchtet hier ja sehr sehr schöne atmosphäre das ist bad news any time i've seen that logo trouble follows wie kommen wir denn jetzt nicht weiter wenn am poster nicht vorbeilaufen das war nicht mit dem elevator eigentlich aber wir schauen erstmal was da hinten so abgeht hm 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 gar nicht wert komm mal jetzt nicht vorbei nur zum gucken nrrm hm 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 Rock Ich fühle mich auf deiner Seite, okay. Jawohl, ich fühle mich dieses krasse Gebäude doch mal an, das ist so gut gemacht man, what the fuck, ich fühle mich mal die Details an, mit dem Anzug und so, Wahnsinn, richtig, richtig gut, sonst gibt es keinen FPS-Schulter, der so gemacht ist, ja, immer so ein bisschen, All this, such a beautiful sight, even up here. Hmm. Ist noch ein Elevator. Es wird alles gut sein, es wird alles gut sein. Es wird alles gut sein. Es wird alles gut sein. So. 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 als ob nichts passiert wäre. Oh, er ist nicht erwischt. Was ich gemacht habe, was ich aus mir genommen habe... Schau, ich habe die Arbeit von Helens gesehen. Du kannst das hier reportieren. Helens? Du hast Helens gesehen? Was für meine Arbeit? Und ich habe das hier reportiert. Für alle. Und Sie wissen, was sie gemacht haben? Was? Sie haben mich verabschiedet. Ich. Von allen Leuten. Sie kamen von mir. In meiner Facilität. Und sie haben alles genommen. Wir können hier raus und sagen, was wir wissen. Sie waren meine Freundschaft. Sie waren meine Freundschaft. Sie waren meine Familie. Sie wissen, was es fühlt sich an. Sie wissen, dass Sie nicht nach Hause gehen. Wir können. Wir können. Sie sind ganz gut. Sie sind. Sie sind entschuldigt. Ja, das ist der erste Gehör. Und nach dem... das ist nicht nett. Aber... Ich bin sorry. Ich bin sorry, es muss so sein, denn Sie sehen wirklich wie gute Leute. Und信 mir, ich... Ich habe keine Lust auf das. Ich habe keine Lust auf das. Haha. Ah! 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 Ewok! Ah! Hilfe! Hilfe! Ah! Ich hab dir, Jury nicht tot. Det habe ich nicht tot. Ah! 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 Oh Das ist schon ein gutes Access denied I know this is hard Being a martyr always is But your partner She understood that You got a chance to do the right thing here Jack How will they remember us As the ones who saved them from certain death Or the ones Who allowed it to happen They'll name schools after us Erect statues in our honor We will become immortalized Look at her friend Her Shit man I can't even remember her name I can't even remember her name I can't even remember her name I can't remember her name I can't remember her story There's people Jawohl, endlich! Come on! Goddamn it! We do what we must. For those we love. Stand down! I'm not... I'm not... Target neutralized. Central, this is Alpha T. Situation contained. Identify yourself. Burn all. Sir, are you able to respond? The onarchy of dreams. The conflict between inner lives. Born in the ocean. Of nuclear water. I will dry out tears. I will wash your fears. If you let me. If you let me. If you let me. I will dry out tears. I will wash your fears. If you let me. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Chris, um, I sent you a package. Do not open it, okay? Do not open it. Just take it to Tom. Don't tell anyone that he'll know what to do. There's, um, there's something I gotta do up here, but, um, tuck the girls in for me, and, um, give them a kiss. I love you, Chrissy. So, ja, das war Horde Solace. Ich, ähm, ja, bin begeistert von dem Game. Sehr, sehr schön gemacht, äh, bin ich ehrlich. Krasse Grafik, die, ähm, mal ein, tatsächlich ein Game, was tatsächlich ohne Waffen auskommt. Kommen wir hier ein bisschen in die Audio runter, ähm, ja, danke fürs Zuschauen, und, ähm, wir sehen uns im nächsten Game. Ähm, ich denke mal, ich verlinke das Spiel, also mit dem Steam-Link unter meinem Video. Könnt ihr mal reinschauen, wenn es im Angebot ist, einfach mal reingönnen. Sehr, sehr schönes Spiel. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.